Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Colors of Eden. Ich bin Susanne Stern, ich bin Textildesignerin und freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Denn wir haben heute eine ganz spannende Interviewpartnerin, die Eva Hove, sie ist eigentlich Modedesignerin oder sie ist vielmehr Modedesignerin. Da sprechen wir mit ihr sehr genau darüber, was noch vorhanden ist, wo die Potenziale liegen, warum es sich lohnt, lokal hergestellte Dinge zu kaufen, sein Geld dort hinein zu investieren und was jetzt gerade so, was das Potenzial ist für die Zukunft, was jetzt hier liegt und auch die Potenziale natürlich des lokalen Wirtschaftens. Ja und da freue ich mich ganz doll darauf, wenn wir uns jetzt hier gleich sehen bzw. hören bei dem Interview mit Eva Hove. Hallo liebe Eva, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich freue mich ganz doll, dich hier im Interview als Gast zu haben und ja, da möchte ich natürlich auch gleich dir die erste Frage stellen, wenn ich die meisten Gästen stelle. Also du bist ja jemand, du kommst aus Modedesign, du hattest ein Label, Hove Zweisbach, das mit sehr avantgardistischer Mode sozusagen auch international aufgetreten ist und dann bist du, dann ist das sozusagen in die Pause gegangen und hast erstmal Lehre gemacht und jetzt kommst du nochmal mit einem ganz neuen Projekt, das heißt Lokaltextil und beschäftigt sich eigentlich mit, wenn man so dein Label betrachtet, das steht ja auch für das neue, Heipzig ist ja sozusagen von der Brigitte gekürt, obwohl das ja nun schon ein paar Jahre pausiert, seid ihr immer noch prägend für das Gesicht von Leipzig und jetzt geht ja eigentlich, wenn man von außen betrachtet, den umgekehrten Weg und wendet euch dem zu, was schon da ist. Also ihr guckt nicht nur nach vorne, sondern ihr guckt auch, was schon da ist. Wie ist dein Weg gewesen? Wie bist du da hingekommen? Oder war es schon immer da? Genau, ich glaube tatsächlich, dass wenn ich mal in der WIR-Form bei Hove Zweisbach sprechen darf, weil ich das ja mit meinem Kompagnon Frieder Weisbach mache, machte Mascher, ich glaube wir waren schon immer da. Also wir haben eigentlich kurz nach dem Diplom uns sofort ins Auto gesetzt und versucht, so nah wie möglich Produktionen zu finden, die uns irgendwie helfen können, unsere Ideen mit in die Tat rumzusetzen. Wir haben ja Schuhe hier gemacht im Weißenfels, wir haben in Krumhermersdorf im Erzgebirge Socken gestrickt, wir haben produziert im Erzgebirge, wir haben teilweise mit österreichischen Loden gearbeitet. Also wir haben eigentlich versucht, schon sofort mit Gründung von Hove Zweisbach und auch überhaupt mit dem Gedanken an Hove Zweisbach ins lokale Produzieren zu gehen, weil das für uns die logischste Form war, unsere Vision zu erstellen. Und dann haben wir eigentlich immer versucht, dieses lokale Produkt, was sehr, sehr visionär gedacht war, auch ästhetisch vielleicht für uns zumindest, im internationalen Raum zu präsentieren, um einfach auch zu zeigen, wo wir herkommen und wie spannend das eigentlich auch ist, wo wir herkommen und dass man nicht unbedingt in London sein muss oder nicht unbedingt in Paris sein muss, um irgendwie Design zu machen und auch nicht unbedingt sonst wo produzieren muss und in Italien und sonst was, sondern es reicht, wenn man sich besinnt, auf das, was man hat, vor sich hat und damit etwas schöpft und wenn man das dann eben nach Mailand oder Paris oder Tokio bringt. Also das war eigentlich schon immer so unsere Philosophie, zu zeigen, was hier passieren kann. So ein Überraschungsei sein, genau. Genau. Und was ist, also da kommt ja jetzt auch ziemlich klar raus, ihr habt gleich diesen Fokus lokal gehabt und das zu verbinden, also das ist ja auch so ein bisschen wie Gegenwart und Zukunft. Was ist dein innerer, wie soll ich sagen, was ist die Triebfeder, wo kommt die her, weil das scheint sich ja dann schon sehr lange durchzuziehen, also das Leben gibt es ja schon, ich glaube, vor zwölf Jahren habt ihr es gegründet, oder? Genau. Genau, was ist da dieses Lokalgedanke, was ist dahinter, was ist so das, was dich da antreibt? Ich glaube, es ist immer faszinierend für mich gewesen, also für mich ist alles extravagant aus Deutschland entfernt auch total spannend, also für mich ist das Internationale genauso reizvoll und ich habe da totale Bedürfnisse, mich darüber zu informieren, aber was mich so immer wieder interessiert hat und was uns immer wieder so überrascht hat, ist, dass wir eigentlich gar nicht so weit gehen müssen, um auch bewundernswertes, verwunderndes oder wundervolles zu finden, also weil das einfach, weil es sozusagen vielleicht auch so etwas gibt wie ein Lokalexotismus, wir kennen ja vielleicht, kennst du diese Sendung, der letzte seiner Art oder die letzte ihrer Art, also es gibt es gibt einfach überall Dinge zu entdecken und das ist, glaube ich, das, was uns antreibt. Wir haben ja in Leipzig das Glück, eine wahnsinnige Textilindustrie und eine wahnsinnige Textilgeschichte vor der Haustür zu haben, also das ist eigentlich so eine Art Poolposition, aus der man starten kann. Das würde ich sagen, gibt es, was weiß ich, in Reutlingen und so weiter, in Bocholt, das gibt es da auch, aber wir haben das hier ganz intensiv, weil wir fahren tatsächlich nur eine halbe Stunde und sind in ganz, ganz vielen verschiedenen Produktionen und Formierungen und können uns ansehen, wie Dinge passieren und das, also das fasziniert mich schon immer, das ist halt so ein Forscherding, also das interessiert mich einfach, wie eine Socke gemacht wird, wie die Maschine dazu aussieht, wie, ja, mich interessiert einfach dieser ganze Prozess, also das war, glaube ich, schon immer so, ja. Ja, wow, und diese Faszination, jetzt haben wir schon von Lokaltextil gesprochen, diese Faszination, die dich schon so lange begleitet, die habt ihr jetzt sozusagen wie in eine, ich kann es noch gar nicht beschreiben, Organisation und gegossen, das jetzt diesen Namen trägt, wird es vielleicht ganz kurz mal erzählen, also ich weiß, dass ihr zu viel seid, ich weiß, dass ihr viele spannende Projekte habt, was ist der Kern eures Schaffen? Genau, also was ich, glaube ich, wichtig finde, ist, um auch zu Lokaltextil zu kommen, ist, dass ich nicht nur Lehre gemacht habe dazwischen, sondern eigentlich auch ganz, ganz viel selber so Feldforschung, kann man sagen, dass ich auch selber ganz, ganz viel rumgereist bin in der Umgebung, um meinen Auszubildenden, aber auch mir zu zeigen, was es hier so gibt, ne. Ich glaube, das gehört auch dazu, warum das erst so gewachsen ist, zu dem, was davor war, weil da gehört ein ganz wichtiger Ausflug dazu, der in die historische Schauweberei in Braunsdorf geführt hat, das ist in Niederwieser, Braunsdorf-Niederwieser, das ist bei Chemnitz, man kann da sogar mit der Straßenbahn aus dem Hauptbahnhof hinfahren. Und in diesem Niederwieser ist eben die historische Schauweberei und die habe ich besucht, mit drei oder vier Auszubildenden und das war ganz, ganz krass, weil erstens diese Maschinen, die da stehen, mir die Tränen in die Augen getrieben haben, was ich niemals gedacht habe. Also so ein Jacquard-Webstuhl, mechanisch, Backskin, Schönherr, also das hat mich irgendwie ergriffen und das habe ich nie gewusst, dass mich sowas so ergreift. Ich habe eigentlich, also manchmal bin ich nicht so menschenfreundlich und in dem Moment habe ich aber plötzlich wieder so eine Menschenfreundlichkeit gehabt und dachte so, krass, das können Menschen, das haben Menschen gemacht. Und da kommt dann so ein Stoff raus, eine Biedermeier, ein Muster und so weiter. Und das war für mich ein ganz neuralgischer Punkt, also so ein Kippungs-, so ein Kulminationspunkt. Und dann haben wir noch... Und du meinst auch mit nicht so menschenfreundlich, dass du keine Menschen magst, sondern dass du eher manchmal vor dem, was die Menschen erschaffen haben, das glaube ich, meinst du, ne? Genau, ja, ja, ich habe so eine gewisse Menschenfurcht auch, würde ich vielleicht sagen, ne? Also das ist auch manchmal so ein bisschen unangenehmes Gefühl, aber da habe ich das Gefühl anders gehabt plötzlich. Und dann wurde ich noch... Was hat das in dir ausgelöst? Was für ein Wunsch, was für ein Suchauftrag, was für eine Mission hat das in dir ausgelöst, Eva? Na, das hat eigentlich nichts anderes ausgelöst als, oh mein Gott, ich muss das Menschen zeigen. Ich muss das Gefühl auslösen bei anderen, um diese Schönheit und diese Erhabenheit auch einer Maschine, die aber wirklich noch was mit Menschen zu tun hat, zu zeigen, weil das ja auch ein rein humanistischer Akt war, diese Maschinen zu entwickeln von Josef Maria Jacquard, ne? Also das ist ja, er hat einfach versucht, Kinderarbeit damit zu verhindern, ne? Weil die, wie hießen die, die Zempeljungen oder so, die da die Fäden gezogen haben? Ich weiß es tatsächlich auch nicht so genau, aber ich kenne diese historischen Aufnahmen, die einem ein bisschen den Atem stocken lässt. Genau, die sind dabei verstorben, ganz viele Kinder, ne? Also die in Weber Rhein, in Frankreich, in Lyon, da die Fäden gezogen haben, also um die Muster zu erzeugen. Und das hat er versucht zu verhindern, weil er selber so ein Junge war, der oben in zweieinhalb, drei Meter Höhe saß und die Fäden gezogen hat. Und das ist, finde ich, also diese ganze Geschichte, dann, dass er eigentlich der Erschaffer des binären Codes ist, ja, dieses Nullen und Einsen und daraus kommt dann diese wirklich gestalterische Kraft auch. Das fand ich einfach, also weiß ich auch nicht. Das hat mich total gekriegt. Und dann bin ich mit den SchülerInnen da weiter rumgelaufen und dann hat uns die Museumsdirektorin noch ihr Archiv geöffnet. Und das war dann für mich so der Umkipppunkt. Da dachte ich dann so, das kann nie wahr sein, das ist zu krass. Was habt ihr da gesehen? Diese Bücher bestimmt, ne? Die alten Musterbücher. Wir haben die Musterbücher gesehen, genau. Und wir haben unter anderem ein ganz bestimmtes Muster gesehen. Und zwar ein, ich kann es leider jetzt nicht zeigen, aber es ist ein Gobelin, also ein Jacquard-Gewebe, ein Wald. Ein Wald in mannigfachen Farben, also unfassbar. Und das Muster stammte von 19.0. Also 19.0, es war ein Polsterstoff, ganz, ganz fest und schön gewebt. Ganz aktuell trotzdem, so von der Optik. Ganz, also Wahnsinn. Und dazu gab es eine Patrone. Also das heißt, vor der Lochkarte wird ja die Patrone erstellt, um zu wissen, wo wir schlagen, sozusagen auf die Karte. Und die war da, alles koloriert in Pixeln. Und dazu waren noch die Vorzeichnungen, also die Musterzeichnungen da. Und das war alles, der ganze Prozess lag da mit Stoff und dann oben diese Maschinen. Und das war krass. Also das hat einfach bei mir was gemacht, ne? Und dann habe ich da eine Ausstellung gemacht mit einer Freundin und auch Kollegin, einer Kunstvermittlerin oder der Kunstvermittlerin aus der Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig. Ja, auch eine Partnerin von, also von Lokaltex, die ist einfach mit mir. Genau, die ist jetzt mit Initiatorin. Genau, und wir haben, ich habe sie da hingeholt und wir haben uns sofort vom Fleck weg dann ein Projekt ausgedacht, weil das einfach zu, es war auch für sie so, ne? Also das war gut, dass ich das Gefühl hatte, ich konnte das weitergeben. Und das ist so eine Art Domino-Effekt gewesen dann, muss ich sagen, weil wir dann angefangen haben, eben dieses Im Garten der Fäden da zu platzieren. Also eine Ausstellung über das Musterarchiv und über diese Kraft der Gestaltung haben dann interessante Sachen herausgefunden, dass da eine ganz intensive Zusammenarbeit mit dem Institut für Innengestaltung in Weimar war, mit Sigrid Kölbel, einer ganz wichtigen Textildesignerin, damals zu DDR-Zeiten, eigentlich aus dem Bauhaus gekommen sozusagen, haben herausgefunden, dass eigentlich alle Stoffe, die in dieser Weberei Tannhauer entwickelt wurden, von den beiden Damen, Sigrid Kölbel und Eva Humburg, die hauseigene Designerin und Tochter des Besitzers, also wir haben einfach herausgefunden, dass diese Designs im Archiv der Moderne liegen in Weimar und zwar alle. Und das wusste aber keiner, dass das miteinander zu tun hat. Also es gab den Verweis, dass es dort gewebt wurde, aber dass es zwei Designerinnen waren, eben Sigrid Kölbel und Eva Humburg, das wusste keiner. Und da haben die auch im Archiv der Moderne ganz merkwürdig geguckt, als wir denen das erzählt haben und auch wirklich Unterlagen mithatten. Und ja, das ist unsere Verneigung sozusagen eigentlich auch vor diesem kreativen Potenzial dieser GestalterInnen und zeitlos, ohne Ende, wirklich eine Kraft. Und ich glaube, das war wirklich so, das war dann nochmal so der Anstoß, das noch intensiver zu verfolgen. Und auch, das ist natürlich ein toller Schauplatz, so ein Museum oder auch so ein Archiv. Oder überhaupt, Gewebe sind ein ganz, ganz tolles, eine ganz tolle Grundlage, um Kulturgeschichte zu erklären, finde ich. Also weil wir leben als Menschen in einem textilen Umfeld und wir wachsen mit Textilen auf. Und das einfach so hinzunehmen, ist eigentlich kaum möglich, weil das ist wirklich, also die Kraft, die da drin steckt, ist einfach unfassbar. Und das ist so, also das ist irgendwie der Transporter auch für mich und für Lena, für Frieda, für Markus, die wir alle arbeiten in Lokaltextiluniversen, so die Triebfeder. Also vielleicht ist das ganz gut, was das zusammenfasst, was Lokaltextil ist, was die Claims sind oder was der Inhalt ist, der Kern, wie du sagst. Also einfach dieses, guckt genau hin, was es hier gibt. Wir zeigen euch das. Ihr könnt euch über uns informieren. Wir zeigen euch die Kuriositäten, aber auch die gestalterische Kraft. Und wir machen das ernsthaft, aber auch lebendig. Guckt euch das an. Nutzt es für euch. Also wenn ihr irgendetwas machen möchtet mit Textil, kommt zu uns. Wir konsulten euch. Wir machen irgendwas zusammen. Wir können hier wahnsinnig viel machen. Und vielleicht, ja, denkt drüber nach, wie wir das in die Zukunft kriegen. Also lasst es uns retten. Wie kann man so etwas, oder wie siehst du das, wie kann man das, das ist ja auch dein innerer Auftrag, dieses sehr stark in die Zukunft gehende, wie ist deine Idee, das jetzt in die Gegenwart, diese zwei Dinge zu vereinen? Na, ganz wichtig ist immer, finde ich, dass Menschen nicht aufhören, Dinge, die schön sind und gut gemacht sind und ästhetisch sind und wertig sind, zu lieben. Ich glaube, das ist so ein Hunger, den es gibt, ein Haptik-Hunger auch. Und ich glaube, dass vieles, was war, niemals so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wie es vielleicht verdient hat, um auch im Heute noch zu sein. Also ich glaube, es wurde vieles vergessen oder vieles vielleicht zugunsten von einem kapitalistischen Wachstumsnarrativ einfach beiseite gelegt. Das denke ich in jedem Fall. Und eine Idee, nur eine, das ist nur eine von tausend, würde ich sagen, Ideen, aber eine ist zum Beispiel, wir haben ja dieses, was ich gesagt habe, Musterarchiv in der historischen Schauwiberei und da sind eben alle Lochkarten da. Also es gibt eine Lochkartenbibliothek, ob alle da sind, weiß ich nicht, aber es wurden ungefähr 3000 oder mehr Musterentwicklungen in der Weberei selber gefertigt oder durchgeführt und Musterentwicklungen in einer Weberei, das ist gar nicht so typisch. Das wurde eigentlich ausgelagert, aber in dieser Weberei ist das passiert, was eben auch, und die wurden nicht weggeworfen, also sowohl die Patronen als auch die Musterzeichnungen. Sag mal ganz kurz, also ich möchte es dir nicht vorwegnehmen, sag mal in kurzen Sätzen, was ist eine Patrone, beziehungsweise Musterzeichnung, Patrone und eine Lochkarte? Was ist der Schatz dahinter, dass das noch existiert und was ist das überhaupt? Vielleicht fangen wir so rum an. Ich war in Neukirch in einer Leinenweberei, dort sagte mir der Chef, Herr Ruther, eine Musterentwicklung in einer Leinenweberei für einen Jakarwebstuhl mit, also in dieser Weberei kostet circa, und da sind wir noch nicht bei der Produktion, 5000 Euro. 5000 Euro. Und wir haben in dieser historischen Schauweberei alles, was bis zu diesem Punkt passieren muss, um zu weben, ja, also das ist alles noch da. Es wurde nicht entsorgt, das heißt, es gibt eine Musterzeichnung zu dem Stoff, das bedeutet eine Vorzeichnung, ja, ein Entwurf. Farb, farblich sieht man da Dinge, man sieht, im Prinzip sieht man exakt das Stück, was dann in Muster geht, Rapport sozusagen, ne, rapportiert wird, als Grundlage. Also erhüllt wird, ne? Genau, genau. Und es sind eigentlich tatsächlich eigentlich eigenständige Kunstwerke, die wir da haben, also es sind teilweise Pastellzeichnungen, es ist wirklich Wahnsinn. Und dann haben wir aber zudem noch die sozusagen technisiert gedachte Patronenzeichnung, das heißt, das aufgepixelte, wo hebt sich der Faden und wo senkt er sich nach einzelnen, ja, das sieht aus wie Millimeterpapier, ne? Und es ist eben wirklich das Muster komplett durchkonstruiert da, nicht in den Originalfarben, die kann man dann irgendwie nochmal sich ausdenken, sondern eben in den chematischen Farben. Und dann gibt es noch die Scherbriefe, das heißt also, man weiß genau, welche Kettfäden auf den Baum kommen und so weiter, wie viel, welche Farbe. Und dann gibt es die Karte, die geschlagen wird nach der Patrone. Die Karte, eine Lochkarte, ist immer eine Reihe, ne, auf so einer Karte und so ein Muster kann unterschiedlich viele Karten, die aneinander genäht werden, beinhalten. Also das ist sozusagen, die Lochkarte vermittelt, sagt dem Webstuhl, wie er das Muster generieren soll, im Gewebe sozusagen, ne? Lass die Kette unten, heb die Kette an und welche dann, ne? Und das Spannende ist natürlich, dass das tausende Ketten, Kettenfäden sind, ne, bei den Mustern. Ich mach mal kurz eine Bildschirmfreigabe. Warum, glaubst du, ist es so, gibt es immer wieder Menschen, die sich so enorm mit der, also wie soll ich sagen, mit dieser Wahrung eines Schatzes auseinandersetzen? Was sehen sie darin? Also es sind natürlich emotionale Anteile, aber was ist wirklich dieses Potenzial, das dort existiert? Und welchen Schatz können wir daraus immer wieder heben? Was ist das, was so faszinierend daran ist, beziehungsweise so wichtig daran ist? Also ich denke tatsächlich, dass das, wir kennen das, die Geschichte auch ästhetisch Sinuskurven schreibt, gestalterische Sinuskurven. Und ich denke, wir haben da 110, also sagen wir mal 100 Jahre Gestaltungsgeschichte in diesem Haus. Und ich denke, das als Inspiratorium für nachkommende Generationen, DesignerInnen, für aber auch einfach Textilinteressierte, aber auch ganz normale Konsumenten sozusagen von anderen Textilien, ist das eben, das ist ein unfassbarer Wert, der da lagert, weil einfach die Vielschichtigkeit klar wird. Also man lernt einfach, es ist ein bildendes, ästhetisches Anschauen. Also man wird die ganze Zeit Farb, also eigentlich gestalterisch gebildet. Jetzt befinden wir uns ja auch in einer Krise, was ja auch meistens bedeutet, es fallen alte Dinge weg und dadurch entsteht wieder ein Nährboden für Neues. Und jetzt, genau in dieser Zeit, habt ihr sozusagen eure Seite veröffentlicht. Worin siehst du für Lokaltextil gerade jetzt auch Potenzial, um sozusagen, also das auch in der Neuzeit blühen zu sehen? Na, ich denke, dass sich jetzt ganz, ganz viel entscheidet gerade. Also gerade in der Textilindustrie entscheidet sich einfach, wer das hier durchhält und wer nicht. Und dieses Durchhalten ist auch viel verkoppelt mit, wenn es der eine nicht durchhält, dann kann es vielleicht jemand anders in die Hand nehmen und weiterführen. Also das gibt für mich, also das ist für mich auch, sind so ganz, ganz wichtige Strukturen, in denen ich denken mag. Also es gibt Unternehmungen, wo vielleicht der jetzige Inhaber nicht mehr kann, einfach an einen Punkt gekommen ist, wo er eine Übernahme anstrebt. Und genau da setzen wir auch an. Also wir würden gern, dass die Übernahme passiert mit jungen Leuten beispielsweise. Wenn wir also in irgendwelche Firmen fahren und spüren oder mit den Leuten reden und da gibt es irgendwie dieses Bedürfnis nach Nachfolge, dann ist für uns auch Lokaltextil ein ganz wichtiges Instrument, das einfach publik zu machen und mit verschiedenen anderen Netzwerken, die schon existieren, die sowas betreuen, in Kontakt zu gehen, aber auch mit Hochschulen und Leuten, die jung, dynamisch und weltoffen da in diese Firmen strömen könnten, um einfach was umzusetzen. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor, den wir die ganze Zeit mitdenken. Aber das ist nur einer. Es gibt natürlich den nächsten Faktor, dass wir natürlich irgendwie diese Wahnsinn, das ist ja ein Makro-Shift, in dem wir uns befinden, denke ich, was Nachhaltigkeit angeht und was natürlich mit Ernährung angefangen hat, im Textilen immer noch erschreckend wenig, erschreckend wenig irgendwie den Menschen klar ist, was sie da eigentlich auch für Fehler begehen im Konsumieren. Und das ist für uns auch ganz, ganz wichtig. Wir wollen halt also einfach auch Zukunft gestalten natürlich und das anhand des lokalen Produzententums in so einer Art Demonstratorenprojekten, auch Bildungsprojekten aufzeigen. Das ist ganz witzig, weil du jetzt gerade im Hintergrund mit Lokaltextil auf diese Biedermeier-Geschichte, die ich auch in der Weberei gemacht habe, gegangen bist, wo ich mit meinen Auszubildenden sozusagen mit diesem Gewebe neuartige Kleidung geschaffen habe, um das Gewebe einfach wiederzubeleben, also so eine Reanimation und einfach mal wegzuführen von diesem typischen Stilmöbel. Reconstructed Biedermeier. Reconstructed Biedermeier. Also das ist genau das, was ich meine, was wir eben auch mit Lokaltextil entwickeln und das sind Bildungsformate auf Basis dieses lokalen Produzententums. Und natürlich meine ich nicht nur Bildungsformate für schon Textilbewissende oder Wissende sozusagen, sondern auch tatsächlich, weil das ist, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Gruppe von Bewusstwertungsmenschen, die es braucht, nämlich Kindern. Also ich denke, dass es ganz wichtig ist, bei Kindern anzusetzen, in einem gewissen Alter sie zu bilden, damit sie nicht mit 15, 14 in dieser Kleidungs- und Kommunikationsphase, in der sie ihre Identität über Kleidung so krass auch formulieren, wo sie dann nicht zu Primark gehen, sondern weil sie gewisse Dinge gelernt haben, vielleicht sogar von uns gelernt haben, vielleicht unser Kinderbuch, was gerade entsteht, gelesen haben, einfach dadurch vielleicht kurz nachdenken, bevor sie, genau, danke schön, genau, vielleicht kurz nachdenken, bevor sie wieder zu Primark gehen. Also da, wir sind jetzt hier gerade bei Rudis, das ist das erste, also die erste Kindermarke von Lokaltextil. Hier geht es darum, Kindern heranwachsenden zu erklären, wie komplex eigentlich diese textilen Prozesse sind, um zu einem so einfachen und simplen Kleidungsstück wie einem T-Shirt zu gelangen. Das ist ja, wenn man für 1,99 bei Primark ein T-Shirt kauft, einfach unklar. Also das ist ja völlig losgekoppelt und dieses Bewusstsein zu fördern, einfach aufzuzeigen, das, was wir alle kennen, das, was wir alle haben, das braucht diese Schritte. Egal, ob ich 1,99 oder 30 Euro dafür bezahle, es braucht es immer. Vielleicht kannst du ja auch in dem Zuge nochmal sagen, was shoppt man denn, wenn man zu Primark geht und für 1,99 sich ein T-Shirt kauft? Was unterstützt man da und was würde man sozusagen, warum lohnt es sich jetzt zum Beispiel mehr? Also viele sagen, ja, ich würde ja gerne nachhaltig leben, aber das kostet halt mehr Geld. Aber vielleicht kannst du ja mal kurz aufzeigen, weil ich weiß, dass du dich damit intensiv beschäftigt hast, innerhalb deiner Lehre, privat und auch natürlich im Zuge eures Labels, Rufitz Weißbach, was, wofür gibt man denn sein Geld her? Was ist das Potenzial, wenn wir nachhaltig, beziehungsweise wenn wir eben nicht eine Klamotte in irgendwo, wo wir gar keine Ahnung haben, produziert herkaufen für wenig Geld? Genau, also ich glaube, also man bezahlt immer, wenn man etwas bezahlt, einen Prozess, aber den Prozess kennt eben keiner und das ist tatsächlich ein Problem. Das ist ein Problem bei Heranwachsenden, bei Erwachsenen, bei Kindern, bei allen. Das ist ja das Erstaunliche, dass das Problem so da ist. Bei einem Brot weiß man, weil man sich vorstellen kann, das Korn wächst bei uns vor der Haustür, ich kann das malen in der Mühle, die ist übrigens auch in Niederwieser, in der Mühle, dann kann ich das nehmen mit dem Wasser und zusammen und dann kann ich das in den Ofen tun, das ist nachvollziehbar. Bei einem Textil fehlt völlig die Klarheit darüber, dass das eine Naturfaser, eine Chemiefaser, eine tierische Faser ist, die davor steht, wie die gewachsen ist. Das ist nicht wie beim Huhn und dem Ei, wo ich sehe, das Ei kommt aus dem Huhn. Auch das ist komplex, aber ich glaube, das ist eben noch extremer bei einem Kleidungsstück. Es ist wahnsinnig komplex. Dann, dass eben immer, wie wir gesagt haben, Gestaltung damit zu tun hat. Also es ist immer ein Gestalter dran, egal ob das von Primer kommt oder nicht, auch da ist ein Gestalter mit dran. Dann muss man sich klar machen, natürlich, wenn man jetzt ein Rudis-T-Shirt beispielsweise kaufen würde, wir machen das ja jetzt als Demonstrator, das Rudis-T-Shirt ist sozusagen von vorne bis hinten, besucht das alles, das wird besucht, wo das stattfindet. Also wir können die Baumwollplantage leider nicht besuchen, ist aber gottzertifizierte Baumwolle. Das müssen wir noch gucken, ob wir da irgendwann mal hinfahren können mit den Kindern, um das mal aufzuzeigen oder ob wir vielleicht sogar eine Recyclingfaser entwickeln, was mir am Herzen läge, um das ganz aufzubrechen. Aber wir fahren sozusagen eigentlich, man kauft sozusagen den kompletten Prozess, nämlich die Idee, dann den Faden oder also den Faden aus der Faser gewonnen. Man kauft ein Stück Pflanze sozusagen eigentlich auch und ein Stück Nicht-Pestizid-Pflanze, also ein positives Stück Pflanze, man kauft dann die Färbung des Garnes ja auch, man kauft dann die Strickung des Garnes, was ein wahnsinnig spannender Prozess ist, der ja hier in Limbach-Oberfrohna stattfinden kann. Ja, darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Das sind jetzt alles auch so mechanische Prozesse. Wenn wir jetzt mal noch eine Ebene weitergehen, nämlich in die metaphysische Ebene, was unterstützen wir sozusagen, weil es wird ganz oft, also meine Tochter kam irgendwann nach Hause und hat gefragt, was soll sein Planeten doch zu retten? Und ich so, ja, alles gut. Aber so wächst diese Generation, unsere, also die jetzt heranwachsende Generation wächst so auf. Was tun wir noch? Welche Macht haben wir als Konsumenten auch sozusagen auf einer ganz anderen Ebene zu agieren? Weil diese mechanischen Sachen, die wissen wir zum Glück jetzt immer mehr. Und was unterstützen wir noch? Na, wir unterstützen in dem Moment natürlich auch eine Anti-zu-viel, ein Anti-zu-viel. Also wir gehen sozusagen bewusst und achtsam zum Produkt und greifen das, weil wir den ganzen Prozess kennen und weil wir die Situation natürlich kennen und fassen. Und wir unterstützen natürlich damit Menschen. Das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig. Also das ist ein Unterstützen von Menschen, die da dran stehen und damit zu tun haben. Und das ist fast schon, das könnte man ja auch als, also es ist ein egoistischer Vorgang vielleicht sogar ein nachhaltiges T-Shirt zu kaufen. Ja, weil erstens fühle ich mich altruistisch, ich fühle mich gut dabei, weil ich jemanden anders unterstützt habe und ich lege mir was auf die Haut, was mich nicht vernichtet. Also im Prinzip ist ja so ein Primark-Shirt, sich auf die Haut zu legen, ein Vernichten der eigenen Körperlichkeit, weil die Haut als größtes Organ alles aufnimmt. Und im Prinzip tue ich mir und anderen einen Gefallen. Und sicherlich gebe ich dafür viel, viel mehr Geld aus. Aber ich, das ist eben das, was ich immer so krass finde, diese wahnsinnigen Beutel, diese Riesenbeutel, die die Leute da überall mit rumschleppen. Was da alles, also die kaufen ja nicht ein T-Shirt, weil es cool ist, sondern sie kaufen irgendwie dreitig, um mal zu gucken, welches davon cool sein könnte. Und ich glaube, das ist wirklich so ein, ja, man kauft sich vielleicht sogar Coolness. Wenn man sich für sich, für andere und die Prozesse und die Ökologie entscheidet. Also das hat was mit Coolness zu tun. Und das ist kein nihilistischer Punk-Ansatz sozusagen, sondern es ist eher ein achtsamer, rettender Ansatz. Also ich glaube tatsächlich auch, dass das die Hypness wird, der Heranwachsenden. Also die jetzt vielleicht noch Kinder sind, das ist ja sowieso schon, die jetzt Studenten sind, ist das eh eher cool, nachhaltig zu sein. Also ich würde jetzt, ich kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen, aber jetzt wissen wir ja auch, wenn wir für 1,99 ein T-Shirt kaufen, da haben die irgendwoher ganz viel, ganz günstig eine Faser bekommen, haben das irgendwie geschafft, diese ganzen Zwischenhändler da irgendwelche Verträge zu machen. Also die leiden ja auch darunter. Und wer leidet eigentlich am allermeisten darunter, wenn man ein T-Shirt aus Fernost kauft, wer sitzt da eigentlich und muss dafür sozusagen viel auf sich nehmen, dass wir hier so schön uns wie, weißt du, wie kurz vor der Französischen Revolution hier wieder Adel aufführen dürfen. Und genau deswegen finde ich es auch so interessant mit Biedermeier. Danach kam ja das Biedermeier. Was, wer leidet da eigentlich am meisten darunter, wenn wir uns ein billiges T-Shirt kaufen? Naja, im Baumwollbereich müssen wir, wenn wir nach The True Cost gehen, natürlich den indischen Bauern adressieren, der da am meisten leidet, aufgrund von Pestizidproblematiken und Saatgutproblematiken. Das ist, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, die man sich einfach klar machen muss. Ja, also ich bringe eigentlich Menschen um damit. Das ist jetzt so ein bisschen sehr rapide gesagt, aber es ist vielleicht nicht sehr, vielleicht ist es genau das. Und dann natürlich den Näher oder die Näherin. Und wenn da das Kind unter der Nähmaschine liegt, dann ist das die Realität, weil es sonst nirgends anders hin kann. Ja, und trotzdem nur 40 Dollar im Monat verdient werden. Das sind die Leute, die wir kaputt machen, ganz genau. Ganz genau. Das finde ich nämlich bei euch so spannend. Also ich weiß ja, dein Partner Frieda und Studienfreund und immer noch guter Freund, der hat ja jetzt ein, ihr habt ja wirklich nicht nur, ihr erzählt ja nicht nur, sondern ihr macht ja auch. Also ihr habt sowieso im Erzgebirge produzieren lassen. Und Frieda hat jetzt diese, also dieses Unternehmen auch gekauft und legt dadurch ja auch direkt Hand an. Und das ist ja etwas, also vielleicht möchtest du ja noch dazu was sagen. Was ist denn das Potenzial, wenn wir hier einkaufen, lokal oder wenn wir bewusst einkaufen? Na, das ist, das Potenzial ist, dass wir eigentlich schützen. Also das ist natürlich wieder, also ich finde das eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man sich auch klar macht, dass es ganz, ganz viele Lösungen braucht. Also das finde ich immer so ein bisschen zu kurz sonst, zu sagen, ist wundervoll, wir machen hier Lokalism, wir machen hier alles vor der Haustür. Also unsere Leute sind geschützt so, was passiert dann aber mit denen, die für H&M gerade nähen? Und gerade einfach mal hundert, sind ja tausende arbeitslos geworden, gerade wegen Corona auch in Bangladesch und auch in China und so weiter, weil die einfach die ganzen Produktionsvolumen abgezogen haben. Das sind alles genauso Probleme, nachhaltige Probleme. Und da gibt es sicherlich vielschichtige Lösungen, die man denken muss. Und da ist nicht das Seelenheil, dass nur wir hier irgendwie schön uns Kleidung machen. Also das muss man, finde ich, immer auch mitdenken, dass das ein wahnsinnig breit gefächerter Flickenteppich ist, der hier angewandt werden muss. Und der natürlich, und das finde ich auch ganz wichtig, also fair by la, da stehe ich total dahinter. Also es muss Gesetzgebung geben dafür, dass eben H&M, Primark etc., das sind jetzt die Indie-Tags, dass das so nicht mehr möglich ist. Das muss Gesetzmäßigkeiten geben, da stehe ich voll dahinter. Was wir machen können ist, erstens sagen, also was ich auch immer denke, Konsumstopp ist natürlich eine Möglichkeit der Hunger nach Distinktion, nach etwas, was einen aber irgendwie abgrenzt und ausstellt, ist trotzdem im Menschen. Dann bieten wir, wenigstens das können wir tun, etwas an, was so transparent und so mit Vernunft und Achtsamkeit und Bewusstsein gearbeitet ist. Ja, also von vorne bis hinten. Es ist ein Angebot und man kann sich dafür entscheiden. Wenn man sich nicht dafür entscheidet, das finde ich ganz spannend, das hat nämlich auch der Nordwolle-Mensch gesagt, der aus Rügenwolle diese Jacken macht, der hat gesagt, wenn sich die Leute dann nicht dafür entscheiden, dann sind sie selber schuld. Also dann können sie sich aber auch nicht mehr beschweren, dass es Globalisierung gibt und dass alle irgendwie leiden unter irgendwas. Man kann ja nur versuchen, ein Angebot zu machen und mit dem Angebot irgendwie auch eine schneeschieberartige Bildung vorantreiben. Und das ist, glaube ich, genau, das ist das, was wir wollen. Es geht auch nicht darum, dass man, ich will mich hier nicht an irgendwie, ich will kein neues H&M sein oder so. Es geht nicht um Konzernwirtschaft, für uns überhaupt nicht. Also es geht eigentlich eher darum, in einem gesunden Maße Dinge zu machen, die fair und weltoffen und gesund dastehen und für die man sich entscheiden kann, wenn man das möchte. Also ich glaube, das finde ich auch, also muss ich auch immer wieder darauf hinweisen, dieser Marco von Nordwolle, das ist ein ganz spannender Typ auch, der hat mich auch sehr abgeholt. Also das ist wirklich interessant, was er so macht. Sehr schön, das war jetzt fast schon ein tolles Abschlusswort. Ich habe aber noch eine letzte Frage. Jetzt habe ich ja auch schon ein paar Mal die heranwachsenden Generationen irgendwie angesprochen. Was würdest du denn jetzt einem jungen Menschen, der gerade noch so in der Selbstfindungsphase ist, sag ich mal, der jetzt viel mitbekommen hat und auf der Suche ist und bald auch irgendwann ins Leben tritt und dort selber Konsument wird? Was würdest du oder was würdest du deinen Kindern mit auf den Weg geben? Welche drei Dinge? Also es muss gar nicht nur Kleidung betreffen, sondern einfach unsere Zeitqualität betreffend. Ich sage meinen Kindern eine Sache immer nur. Also, nee, ich sage mehrere. Also erstens sollen sie glücklich sein darüber, dass sie überhaupt da sein dürfen, weil das ist ein Geschenk. Sie sollen dieses Geschenk explorieren wollen, weil es einfach spannend ist, da zu sein. Aber das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich meinen Kindern mitgebe und auch meinen Auszubildenden, Studierenden allen. Sei so auf der Welt, dass du das genießen kannst und auch etwas schaffst, aber tu niemandem dabei weh. Also niemandem. Also mach nichts kaputt damit. Dann ist das okay. Dann kannst du kreieren, dann kannst du erforschen, dann kannst du, ne, aber mach, tu niemandem weh dabei. Also niemanden verletzen. Genau. Das ist, glaube ich, das, was ich am wichtigsten finde. Und so sehe ich auch diese ganzen Dinge, die wir so machen. Ja, ja. Ach, sich so, da würde ich gerne nochmal, vielleicht kannst du ja mal einen ganz kurzen, wir haben es die ganze Zeit über Lokaltaxie gesprochen, aber vielleicht kannst du uns ja einen kleinen Einblick geben, was sind so anstehende, vielleicht so drei anstehende Projekte. Also Rudi haben wir gesehen. Genau. Kinder-T-Shirt, woran wir? Genau, die Kindermarke, die wird flankiert werden, ist alles noch in den Kindern schon tatsächlich von einer Buchproduktion, also einer Kinderbuchproduktion mit einer Illustratorin und einer ganz tollen Texterin. Da sind wir dran, das wird projektiert gerade und müssen natürlich irgendwie gucken, wie wir Fördermittel dafür auch bekommen. Dann wird es ein Projekt geben mit einem von dir bereits interviewten Herrn, nämlich Matthias Langer und wahrscheinlich auch dir selber. Wir würden gerne so eine Homeware, Loungeware-Collection entwickeln, die sich mit Peace Silk, also sanfter und liebevoller Seide und den Naturfarben widmend beschäftigt. Dann haben wir ganz, ganz viele Ideen zum Thema Leinen und sind da in Gesprächen, weil wir den Leinenanbau, der ja hier eigentlich in der Lausitz getätigt wurde, das ist also ein ganz tolles Material, was eigentlich wieder hier angebaut werden könnte, weil wir ideale klimatische Bedingungen haben und weil es eben auch ein ganz, ganz tolles Material ist. Da haben wir auch ein paar Ideen dazu, wie wir auch vielleicht mit den Abfällen da umgehen könnten, um alles zu nutzen. Genau, und dann haben wir eine Fülle von Leuten, die wir, oder Fülle von Firmen und Geschichten, die wir erzählen wollen, wenn das endlich wieder möglich ist, das haben bestimmt mittlerweile eine Liste von 60, 70 Protagonisten, die alle besucht werden sollen, wollen und auftauchen sollen. Also es geht ja wirklich darum, dass es ein Riesen, dass es ein Netzwerk wird, wo Leute sich informieren können, nicht nur eiskalt, sondern wirklich warm. Also das, was wir international kennen vielleicht von The Kind Craft, dieses Warme, Schöne, wo du ja selber auch auftauchst, aber eben für hier, also für unseren Raum, dass wir das einfach alles mal zeigen. Genau, das sind so Sachen, die wir planen. Und ja, noch ein paar andere auch. Es gibt noch ein Ausstellungskonzept, was ich im Kopf habe, was mit den Musterzeichnungen auch zu tun hat, in der historischen Schauweberei, wo ich gerade drüber nachdenke, wie ich in Chemnitz in die Kunstsammlungen oder auch in die sächsischen Kunstsammlungen da reinkommen könnte mit der Idee. Ja, so eine Sache, ganz, ganz viel eigentlich. Also es lohnt sich, euch zu beobachten. Ich werde in die Shownotes halt auf jeden Fall eure Seite und natürlich auch zu der Schauweberei und vielleicht magst du ja auch noch ein paar Links zu lokalen Firmen, dass wir überhaupt erst mal wissen. Also für die, die sagen, ach echt, es gibt noch so viel hier. Ich dachte, das wäre schon alles eingestampft und nach China und anderen asiatischen Ländern. Vielleicht kannst du ja auch noch mal eine kleine Liste geben an lokalen, wirklich sehenswerten Unternehmen. Genau, das mache ich auf jeden Fall. Ja. Sehr schön. Vielen Dank, liebe Eva. Es war ein sehr spannendes Interview. Und ja, und ich, und ich denke, ich spreche jetzt auch einen Namen aller Zuhörer, wünschen euch alles Gute und Full Power für die nächsten Projekte. Die ist auf jeden Fall da, die Kraft, ne? Das ist das Schöne. Ein tolles Thema einfach. Und bis dann. Tschüss. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, du konntest einiges damit mitnehmen, viele Denkanstöße, denn es ist ja super spannend, wenn man sich mal anguckt, welches Potenzial, welchen Schatz wir hier noch in unserer Umgebung haben. Und wenn dich das weiter interessiert, dann schau doch mal hier in die Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen nach oben beziehungsweise abonniere den Kanal, denn ich lade hier regelmäßig tolle Videos hoch zum Thema Naturfarbstoffe und Interviews mit weiteren tollen, interessanten Gästen aus dem Bereich Textil und Nachhaltigkeit. Und da freue ich mich ganz doll, wenn wir uns bei einer neuen Ausgabe hier wiedersehen bei Kallas of Eden. Bis zum nächsten Mal.